Nächste Mission und was hast du als nächstes ausgesucht eins von da unten Ah, du hast Geld, dein Ziel ist Geld, okay Yvonne hat auch Geld, du hast Geld, bin ich der Einzige mit Gold, oder? So, was haben wir als nächstes? Ich muss jetzt erstmal aussuchen, wie wir dann Rob-Überfall machen Musst du auf Toilette, oder warum tanzt du so vor der Pinnwand? Du hast mich angefahren, denn dein Auto ist weg So, ich habe ausgewählt jetzt, du jetzt? Ah, okay Ja Alles gut Ich muss jetzt erstmal hier aussuchen, wegen Ausrüstung Lala, Azize, gut, dass du hier hängst Wie viele Beute dich treffen? Das geht bei dir Das geht bei der Klatsche, wenn du getroffen hast Guck mal Dreh dich mal rum Dreh dich mal rum Ach, bist du jetzt mit Lala gewonnen? Was? War das zu viel für dich, oder was? Ja, genau Wo ist das Auto kommen? Kevin, das Auto ist weg Ja, mein Auto ist weg Ja, wir sind unterwegs Ich habe ein neues Auto geholt, sind nur zwei Sitze Ja, nein, nein Auto-Surfing Neht man das? Na, was sagst du zu meinem Teufel? Unregistrierte Waffen Wir sehen uns zwei Sitzer Du bist voll zankudo Du wirst erschossen Wollen wir dann die Mission anschauen? Ja, wir sind mal mit ernst Ja Ja, schnappt euch noch ein Auto, aber wie gesagt, ich kann mit dem hier reinspringen direkt in das Ding Oder fahren wir mit einem Auto für alle vier Ich rufe jetzt mir gerade ein Auto Ich weiß nicht, ob ich so ein Dings habe Ich kann ja den Kuruma nochmal holen Mit dem haben wir vielleicht ein bisschen die Möglichkeit Deswegen immer, wenn man zu vier Mann ist Ja, weiter, weiter, weiter Dann gehe ich den Kuruma nochmal abholen Weg So Alle auf dem Weg Komm mal los Du hast ja jetzt auch so ein Buggy geholt Okay Nee, wir sind nicht auf dem Weg Ich gehe gerade jetzt dann das Auto nochmal holen Für alle vier Dauert jetzt einen kleinen Moment, bis ich den jetzt habe Kontakt Ich fahre jetzt allein drin Scharniker Du kannst ihn eh nicht rufen, wenn dein anderes Auto da noch steht Also lass uns jetzt los machen Ich weiß, ich kann ihn nicht rufen Ich muss ja ein bisschen weg Jetzt habe ich ja gerade ein bisschen rausgefahren Warte mal, ist falsch Richtung hier Guck mal, da ist er So, Auto ist schon unterwegs Wenn er jetzt im Moment wartet, dann können wir sofort los Aber wir sind schon auf dem Weg Aber wir müssen sie auch teilen Der Mission Okay Ja, ist eine scheiß Mission, was jetzt kommt Mit den richtigen Waffen fasst das Ja Thomas, jetzt müssen wir hoffen, dass du keine Party-Einladung kriegst Und an der Erfenseele Hä? Hä? Äh, da war Thomas' Auto Ja, mein Auto Das ist die da, wo ich ihn verlassen habe Der war tot, wo er verspricht, ne? Ich hätte jetzt auch Ich bin eingesammelt, Thomas Die Mission nehme ich besser mein Auto Ja, weiter Aber wir müssen hier getrennt fahren, hat er gesagt, ne? Ja, komm Ja, ja, alles gut Ich nehme mir, guck mal Wegen dem Schießen Den gelben Punkt haben wir Naja, ich kann mit dem Auto erschießen Also, aber aus dem Auto erschießen Ich hab noch den Gämmen und seinen Punkt Ja, das war jetzt natürlich sehr clever Entschuldigung Ich hab mich da an die nächste Wand zu hauen Ich hab dich nicht in die Wand gehauen Ja, du hast mich da hochgeschossen Ja, und du bist gesprungen Ne, ich bin nicht gesprungen Okay Ich hab nur kurz gebremst Weil ich wegen der Kurve Weil der ein bisschen rutscht Hast du da keine anderen Reichen drauf? So, ich hab's jetzt auch gerade dahin gehauen Ich weiß gar nicht, was ich für Reif drauf hab Ich hab auf jeden Fall Kugelsichere Ich hab ein bisschen durch die Rüben Durch die Wanne Hi Tokio Drift Ach, nö, misst man nicht da unten zum Vor Oh, je geht, je geht Hä? Davor mag ich nicht Ja, klar, bis wir da hoch rein Oh, ich hab die Kopfgeldjagd überlebt Geil Ich hab 7.000 gekriegt Uiuiui Bla, bla, bla Das muss drüber gesprochen werden Dankeschön Ja Also, schmeckert Bitte aufstummen Das wäre nett Das schmeckert YouTube wieder gleich Wegen der Musik Es kann nämlich jetzt passieren Dass die Folge gesperrt wird Okay Deswegen bitte vorher immer die Handys auf Sturmscheiben Wäre nett Okay Ich hab so eine Folge schon auf Sturmscheiben Gesperrt bekommen Wegen Weil ein Handy geklingelt hat Oder ein Wecker Was auch immer Ich hoffe, dass das jetzt nicht schlimm ist Dass ich doch rechtzeitig mehr gehen konnte Wie stellen wir jetzt die Waffen am besten Auch mit dem Auto, was da drin ist, oder was? Ach, das ist so eine einfache Mission Das ist aber schön Oh, oh, den Turm hab ich nicht gesehen Aber passt Ich bin drin Sollt ihr schon drin? Ja Okay Ich komme zu euch Ich bin schon in den Krieg gezogen Ich stehe die Waffen Was sind Waffen? Bin zu weit getahren Hey Freunde Ich hab vier Sterne Die hat jeder Ich bin zwar gerade gestorben, aber mir geht's gut Ähm, keine Du bist ja, hast ja keine Cool eben Ja, weil es ja auch so keine getrennte Mission ist Wir sind ja immer nur in der Online-Lobby Mhm Als du jetzt Ich bin da leide Ich brauche mich mal raus Ah, danke, dass du mir irgendwie ewig ist komplett am Strandsbohren Hä? Hä? Ich bin jetzt gerade schon runter vom Dings Wer hat die Waffen? Die, äh, Markus Hast du ja, ne? Ich werde auch noch von einem von diesen Trottel, äh, Leuten aus der Lobby verfolgt Ah Hatte ich bei mich gerade, dass ich rankomme Du meinst den Punkt mit dem X, ne? Ja, ja, ja Ich bin dran, ich bin jetzt vorbei an dir Also der kommt mir jetzt bis wir jetzt gleich hin kommen Hab ich Immer scharfe Kulven ziehen Ich stehe mit dem Helikopterbeschutz Hab den Typ Ach maaann, ey Das ist Schluss, Markus Ich bin gestorben, Mensch Hin, 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 hin Bisschen mitmachen Ja, ich bin dabei Ich hab mich aber über den Typen gerade gekümmert Ich hab den jetzt gerade weggeschossen Motor ist beschlossen Danke für dein Auto Ich bin, ich bin auch an euch dran Ich hab den Streifen angeholt Ich hab mich mal die Möglichkeit, ein Auto zu kriegen Hat der Mann, Vater Warte, ich kümmere mich um den Transporter Ich hab die Waffen wieder Ich hab mich wieder Die haben mich rufgekümmert Alter Ich sterbe es ist unmöglich wieder ein auto zu kriegen hier wenn du einmal gestorben bist da wo der transporter wo der wagen schon steht mein kurma den könnte auch nehmen ja ich komme erstmal mit vier sternen bis dahin ich habe immer vier sternen ich habe das auto gerade getauscht okay ich habe besuch ja besuch hier der typ der gibt mir gerade bisschen auf den sack der hat jetzt einen gepatzerten heli geht mir nicht alle auf den sack mann ich habe so gut wie keine leben mehr weil er mich weil er mich auch noch mitjagt jetzt ich kann jetzt habe ich anrufen ja ich bin ich bin ich alleine die hat die heck wie nämlich der back jetzt oder der schießt er schießt er für mich oder geschießt mir gerade die kopf weg kann auch sein dass der ein bisschen hilft ich glaube der schießt hat die kopfzweck der typ hat er denn einen von euch getötet ich habe ihn getötet er hat marcus gejagt und ich habe ihn getötet hatte mal gerade kurz davor dass einer von euch immer mit einer die waffen von dem auto besser wer ist das von euch bleibt doch mal stehen ja ich bin doch bei dir du hast eine idee über die polizei ich habe dich nur leider zu spät gesehen und gerade dann schauen wir uns ein bisschen in ruhe er hat auch gerade geschrieben sorry ach dann hat er nicht uns gejagt hat er die kopf gejagt ok dann ist in ordnung ja ich werde die frage ist ob hier irgendwo ein tunnel oder sowas ist das einzigste wo das wirklich funktionieren würde was du vor hast gett ist in der kanalisation von los santos da ist aber noch ein stück vor dem system ein form hier gibt es doch immer auch ein eisenbahntunnel oder nicht da ist da ist da ist Was ist das? wüsste ich für die eisenbahn linie ist weil dann kann ich mich versuchen da drauf zu kommen weil da weiß ich dass da irgendwo in den tunnel bekommen müsste ok dass die eisbahn ja ja wir sind ja ein bisschen weiter außerhalb wir haben ja alle bei mir ja gut wir haben ja auch wir haben auch und wir haben uns wir suchen jetzt karte eisenbahn linie um in den nächsten tunnel zu kommen lässt davon bringt nichts bevor es auch toll oder nicht sehe ich das richtig ich kann nicht nach vorne gucken ich habe ich hänge an den machine gewahrsleuten alles gut ne pass davor ich habe richtig geguckt das ist ja nächste von der hier vorne ist dann werden wir vielleicht die kopf jetzt los der ist war nicht lang aber ich versuche es gerade ob ich mich wegkommen ob die helis wegkriegen das problem ist eher ob die ob die fahrenden cops hier reinfahren weiß ich nicht bis jetzt sehen sie uns noch naja weil die wissen wo wir sind ja die kommt zu fuß kommen gleich mal wieder ich die rüber zum jetzt links ja dass sie sind schon dahinten unterwegs ich komme gleich wieder was ja mitteilung und ein arbeitskollegen relativ mehr wir müssen gleich mal gucken dass wir irgendwie eine etwas längere tunnel sind als in einem wir sind auf der ersten waren linie und der tunnel war nicht lang genug wir haben gerade ruhe wir stehen gerade bisschen außerhalb der cops ich weiß auch schon welches lied dann kommt ja wir sind zu los wie sieht es bei euch aus ich habe ihn noch wir sind die erst los wenn du in die mission durch das dauert ja zumal wir haben sieben über sieben kilometer rückfahrt da wäre ich hinter dem gefängnis herausgekommen aber wir haben ein bisschen ruhe das ist das wichtigste dann wollte der 1 1 1 echtes böses gerade ich würde ich nur die kopf weg schießen also das hat er uns wahrscheinlich noch mehr gejagt ich habe ich hatte weg geschossen jemals hätte ich gejagt hat war kurz ich habe jetzt von der straße gerammt und dann habe ich den nur erschossen noch mal gut aber gut dass wenn er sich entschuldigt und uns im roh lässt ist das auch egal 5,8 kilometer noch das war der ja ich meine gucken was der will was weiß ich nicht dann gehst du kurz in seine partie oder was ok ich weiß jetzt was los ist der wurde in einer anderen war wie von einer kuh der war angemacht ok hat er sich mit dem angelegt hatte die angefangen anzuschießen nein das ist eine uralte crew die kenne ich schon mit denen habe ich mehrere die meint audios die schon länger her sind weiter in der gruppe zu schicken leute jahren zu lassen ja wir sind jetzt schon zurück unterwegs zum zum spiel alle sie gleich da zwei kilometer noch oder so was der typ soll dass ich so mit dem heli sehr hochgejagt die legate weg abzubiegen ich komme auch zu spiel alle weiter ja tatsächlich haben wir jetzt ein bisschen glück eigentlich mit denen bisher mit den leuten die auf dem server sind bis jetzt auch wieder so ein eigenes ding ich glaube mir es wird die hölle ausbrechen wenn ich von wo in die mavi reingehe er soll er hier auf den server kommen aber wir uns ein bisschen aber nicht auf den sack gehen dann hast du da keinen bock da drauf glaubst mir ja da müsste ich nicht aber die hier drin sind nee die nicht die joinen aber immer nach er soll ja die in freunden dann joinen die immer nach ja aber der macht das hier nicht ja dann ist er selber schuld da soll er da bleiben ich habe ehrlich gesagt keine lust jetzt hier auf stress während wir ja dann bitte in der aufnahme sitzen so egal wir sind durch dann haben wir den wagen abgeliefert